Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was mummelt und dann behauptet, er hätte gemummelt, dass sie eine tolle Philosophin ist, und sie dann zugibt, ja, ich bin eine Philosophin, an der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen. Und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Bruch, an der Stelle, das ist der Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist der, dass sie nicht... Wenn du so scharf auf den Knast bist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Ich hasse Joggen, und Tour de France finde ich unglaublich langweilig. Ich mache Bogenschießen. Ich laufe also gern durch den Wald mit einem normalen Bogen und schieße da mit Pfeilen auf kleine Plastiktiere. Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser, das ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zur Zeit, was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen. Musik